Ich habe das alles nie gewollt. Ich wollte nie an den Spielen teilnehmen, sondern nur meine Schwester retten und verhindern, dass Peter getötet wird. Miss Everdeen, es sind die Dinge, die wir am meisten lieben, die uns zerstören. Ich möchte, dass jeder, der zusieht, sofort seine Waffen niederlegt. Du lebst. Peter ist der Trumpf des Kapitols, so wie du unserer bist. Ihr werdet Peter so schnell wie möglich retten oder ihr könnt euch einen anderen Spottteil besuchen. Jochen Kworkowski Nein! 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 WSENK Aber für Sie Untertitelung des ZDF, 2020